Der Missionswoord Jesus responde all mundo de hoy, bringt die Hoffnungswirtschaft mit Redner Walter Niefeld. Liebe Frän, leia Bräule, leia Sesta, schön, dass ihr da seid. Von da haben wir ein wunderbares Wort, dort finden wir eine Apostelgeschichte auf drei Tieren. Und da redet davon, dass ein Engel Gottes kam und weiß die Menschen, was er da nun wäre. Immer weil da finden wir im Nieden Testament, wo der Engel Gottes kommt und redet es. Of es der Josef ist, of es der Maria ist. Der Engel Gottes kam, der Jesus in Gethsemane, und aus der Abstunde date von der Doge, wird der Engel Gottes da. Und der Engel Gottes, der wie auch du, aus den Aposteln gefangen wurde, in den Halben zurückgekommen und so weiter. So, wie würde vorhin denken, dass der Engel dort erstmal eine Geschichte zum Tieren verteilt, dass er danach nicht würde Angst haben und so weiter. Aber nein, der Engel Gottes, der sind all the way end. Und so ist die böse Macht an der Luft herrscht, so schickt Gott seine Engel in, damit sie uns halten, damit sie uns unterstärken, damit sie auch Botschaften überbringen, wenn wir die Botschaft Gottes nicht verstorben können. Dort ist, was wunderbar ist, und sehr selten reden wie mit dem Engel Gottes. Wir haben in der Bibel keine Anweisung, dass wir der Engel beten. Also, dort ist ein Thema, die Bibel sagt, dem Engel nicht anbeten, in der Offenbarung, Gott anbeten. Aber wir dürfen damit regnen, dass der Engel Gottes an uns lagern, wenn wir schlappen, dass sie um uns sind, wenn wir schaufen, wenn wir unterwegs sind, und dass sie halten, damit wir den Obdrag erfüllen, den Gott uns gestalten hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns lebst, ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Jesen geschickt hast, und ich danke dir Gott, dass deine Engel alle wehend sind, und du geschickt, dass sie uns halten, und mit uns kämpfen, diesen Kampf, damit alle deine Nomen channelieren, und die Elenheit haben, dass Jesus Christus geraad wurde. Wir loben und preisen die voeren am Himmel, in Jesus' Nomen. Amen. Warte um nächstes Mal, mit Hoopdungsbotschaft. Warte um nächstes Mal,